Hallo und herzlich Willkommen zum dritten Video des Lernzyklus Lagebeziehungen zwischen einem Kreis und einer Geraden. Mein Name ist Michi und in diesem Video werden wir mehr über Kreisteile erfahren. Weißt du noch, welche Lagebeziehungen es zwischen einem Kreis und einer Geraden geben kann? Hier sehen wir die Bezeichnungen der Geraden, deren Beschreibungen und grafische Darstellungen. Drücke auf Pause und versuche die richtigen Beschreibungen und die Grafiken zu den jeweiligen Bezeichnungen zu finden. Fahre fort, wenn du das geschafft hast. Die richtigen Lösungen sehen wie folgt aus. Diese Kante schneidet den Kreis in zwei Punkten. Das sieht so aus. Die Tangente berührt den Kreis in nur einem Punkt, also stimmt diese Grafik. Und die dritte Möglichkeit ist demnach die Passante, die im Kreis vorbeiläuft und ihn weder berührt noch schneidet. Nun zum neuen Thema, mit dem wir uns in diesem Video beschäftigen. Die Schnitte von Kreisen oder auch Kreisteilungen genannt. Die erste Art einen Kreis zu teilen, kommt dir vermutlich schon bekannt vor. Sehen wir uns eine Sekante und einen Kreis genauer an. Diese Kante teilt den Kreis in zwei Flächen. Diese Teilung nennt man den Kreisabschnitt oder auch das Kreissegment. Wir sehen, dass der Kreisabschnitt einen Teil der Kreislinien als Grenze hat. Diese nennen wir Kreisbogen und wird mit einem kleinen b beschriftet. Der Teil der Geraden, die im Inneren des Kreises liegt, nennen wir Sehne, die mit einem kleinen s beschriftet wird. Eine weitere Möglichkeit, einen Kreis zu teilen, wäre der Kreisausschnitt, der auch Kreissektor genannt wird. Ein Kreisausschnitt wird vom Kreisbogen und zwei Radien begrenzt. Das hast du bestimmt schon einmal beim Pizzaessen oder beim Teilen eines Kuchens gesehen. Die dritte Möglichkeit ist der Kreisring. Stell dir vor, du zeichnest einen Kreis und stichst mit einem anderen Radius im selben Mittelpunkt ein. Dann bekommst du zwei Kreise, die man konzentrisch nennt. Diese konzentrischen Kreise schließen eine Fläche zwischen der Kreislinie des kleineren Kreises mit der Kreislinie des größeren Kreises ein. Diese hat eine Ringform, weswegen man diese Teilung auch Kreisring nennt. Wir sehen also, dass es unterschiedliche Kreisteilungen gibt. Jetzt bist du wieder an der Reihe. Ordne die richtigen Darstellungen zu den richtigen Bezeichnungen zu. Drücke auf Pause und spiel das Video weiter ab, wenn du eine Lösung gefunden hast. Super! Die richtige Lösung sieht wie folgt aus. Der Kreisabschnitt, auch Kreissegment genannt, ist diese Grafik hier. Der Kreisausschnitt, oder auch Kreissektor genannt, ist diese Darstellung. Und dann bleibt nur noch der Kreisring über. Nun wollen wir das Ganze üben. Wir benötigen hierfür ein Blatt Papier, einen Zirkel mit gespitzter Mine, ein Geodreieck und ein gespitzter Bleistift. Gegeben ist ein Kreis mit dem Radius R ist gleich 3 cm. Gesucht ist ein Kreisabschnitt. Beginne wie üblich mit dem Mittelpunkt. Pausiere hierzu das Video und fahre fort, wenn du den Mittelpunkt und die Kreislinie K konstruiert hast. Sehr gut! Nun versuche eine Szene in den Kreisring einzuzeichnen. Wo genau du sie einzeichnest, ist nicht wichtig für diese Übung. Ich werde meine Szene auf der rechten Hälfte des Kreises schräg einzeichnen. Pausiere hier das Video und fahre fort, wenn du die Szene gewählt und gezeichnet hast. Beachte, dass sich deine Szene von der im Video gezeigten unterscheiden kann. Super! Es entstehen jetzt zwei Teile, die zusammen einen Kreis ergeben. Beschrifte den Kreisbogen mit einem kleinen B und die Szene mit einem kleinen S und färbe den Kreisabschnitt mit einer Farbe. Pausiere hierzu das Video und fahre fort, wenn du die Beschriftung vollständig hast und den Kreisabschnitt gefärbt hast. Prima! Nun wollen wir in einer weiteren Übung einen Kreisausschnitt zeichnen. Gegeben ist ein Kreis mit 5 cm Radius. Gesucht ist ein Kreisausschnitt. Pausiere hier das Video und schaue es dir weiter an, wenn du den Kreis gezeichnet hast. Perfekt! Nun zeichne zwei Radien ein, also eine Verbindung zwischen dem Mittelpunkt und der Kreislinie und färbe eine erhaltene Fläche. Pausiere hier wieder das Video und siehe es dir weiter an, wenn du zwei Radien eingezeichnet, die Fläche gefärbt hast und die Radien sowie den Kreisbogen beschriftet hast. Ich werde meine Radien nach links unten und rechts unten einzeichnen. Beachte, dass sich deine von der im Video gezeigten unterscheiden können. Super! Wenn du das geschafft hast, widmen wir uns der dritten Art der Kreisteilung, dem Kreisring. Gegeben ist diesmal ein Kreis mit einem Radius R1 von 4 cm und ein zweiter Kreis mit einem Radius R2 mit 3 cm. Gesucht ist diesmal der Kreisring. Pausiere hierzu das Video und fahre fort, wenn du die beiden Kreise vom selben Mittelpunkt ausgehend konstruiert hast. Großartig! Wir beschriften nun die Radien und schraffieren den erhaltenen Kreisring. Pausiere hier erneut das Video und fahre fort, wenn du das geschafft hast. Großartig! Wir haben nun alle Arten, einen Kreis zu teilen konstruiert. Den Kreisabschnitt, den Kreisausschnitt und den Kreisring. Übe das Zeichnen von Kreisen und die Arten der Kreisteiler, um das Wissen zu vertiefen. Nun zu einem Toto. Wie funktioniert das Ganze? Es werden gleich Fragen am Bildschirm erscheinen, die jeweils zwei Antwortmöglichkeiten haben. Ist die erste Antwort richtig, so notierst du dir die Zahl 1. Stimmt allerdings die zweite Antwort, so notierst du dir die Zahl 2. Sind aber beide Antworten richtig, so notierst du dir ein x. Pausiere das Video und schreibe dir deine Antworten auf. Wenn du fertig bist, fahre mit dem Video fort und vergleiche deine Antworten mit der Lösung. Nun zur Auflösung. Die Punkte auf dem Kreisbogen sind vom Mittelpunkt gleich weit entfernt. Antwort 2. Die Entfernung von einem Punkt auf der Kreislinie zum Mittelpunkt heißt Radius. Antwort 2. Kreise mit einem Mittelpunkt nennt man konzentrische Kreise. Antwort 2. Die bemalte Kreisfläche nennt man einen Kreisring. Antwort 1. Die bemalte Fläche ist ein Kreisausschnitt, auch Kreissektor genannt. Antwort x, da beide Antworten richtig sind. Die gesuchte Linie nennt man Durchmesser. Antwort 2. Gratulation zur Meisterung des Lernzyklus. Weitere spannende und gut aufbereitete Videos stehen auf der Plattform zur Verfügung. Hast du Nachholbedarf oder auch nur Interesse, bist du hier genau am richtigen Ort.